Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zum jetzt dritten Teil von... Hast du dein Mikro an, Fabian? Oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zurück zum dritten Teil von Let's Play Together Live. Wir sind immer noch in den Twitter-Trends, also noch ein bisschen spammen, dass wir auf Platz 1 landen. Ich hätte es nicht schöner sagen können, selbst wenn ich ein Mikrofon angehabt hätte, was ich nicht hatte. Ich frage mich außerdem, gibt es noch menschliches Leben draußen in der Lounge? Ja, geil. Den können wir ruhig nochmal zeigen. Aber ich wollte eigentlich die Lounge sehen. Es sei denn, die sind gerade alle nackt. Dann besonders. Hi! Da sind noch Menschen. Es sind noch Menschen anwesend. Sehr schön. The Mansion. The Mansion Berlin. Denn wir wollen natürlich gleich noch zwei... Enes macht sich schon bereit. Wir wollen natürlich gleich noch... Ach, die gehen alle in den Bereich, wo man sie nicht sehen kann. Sue, du kannst jetzt auch mal aufstehen, ja? Und dann gleich mal herkommen. Da kommt die Sue. Yes. Und gerne noch, wer möchte noch? Der Dylan vielleicht? Ja, da kommen sie doch gerade noch mit rein. Kommt jetzt alle hier. So. Denn der Psycho fragte gerade, wie viele Teile der Sendung sind jetzt schon vorbei? Zwei von dreien. So. Dylan und die Sue, hallo. Ach, da müssen wir natürlich... Oh, hi. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr wollt doch bestimmt eigentlich tauschen. Ihr Mädchen wollt doch bestimmt zusammensitzen. Wollt ihr das? Wollen wir das? Aber ich finde die Aufteilung so schön. Okay. Auch gut. Schön, dass ihr da seid. Dann fangen wir doch mal bei dir... Oh, du musst dir natürlich noch ein Mikro an. Danke schön. Hi Sue. Hi. Wer bist du? Was treibt dich her? Ich bin beim Bootcamp auch. Bin jetzt in die Top 10 gekommen. Ja. Hast du schon deinen Webvideopreis angefasst? Äh, ja. Ah. Schon an dem Tag sogar. Eine Füchsin. Ja. Ja. Ich habe ihn gestohlen. Aha. Sehr gut. Und was machst du auf deinem Kanal? Ich mache so eine Mischung von Beauty und auch ein bisschen Comedy. Ich mache halt alles auf Englisch. Das ist das Besondere. Oh. Wie bist du da aufgekommen? Ich bin halt Halbamerikanerin. Und mein Vater lebt in den USA. Okay. Genau. Und ich habe viele Freunde da drüben. Und deswegen ist es so eine Zweitsprache sozusagen. Ah, es ist sehr vernünftig. Denn ich sprach heute auch mit einem Kollegen drüber. Sieg-Hein ist ja auch auf Englisch. Auch mit dem gleichen Gedanken. Das können sich ja mehr Leute anschauen. Ähm, ja, fein. Und Dinn, was machst du? Ja, ich mache Fashion auf YouTube. Und das halt von... What? Das halt von einem Typen, das ist halt in Deutschland irgendwie ein bisschen seltener. Ja. Und ja, das ist, was ich auf YouTube mache. Das ist krass. Wie kommt man dazu? Denn tatsächlich ist ja bei uns eigentlich immer so, Junge auf YouTube immer Let's Play oder Comedy. Ja, das habe ich auch tatsächlich damit angefangen früher mal. Aber auf einem ganz anderen Kanal vor vielen, vielen Jahren, als ich noch vor dem Stimmbruch war. Ja, so wie jeder irgendwie mal was gemacht hat. Aber, ähm, ja, das ist, was ich früher gemacht habe. Ein bisschen habe ich Spiele getestet, habe ich mal gemacht und so. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, ich warte lieber noch ein paar Jahre mit YouTube. War auch eine gute Entscheidung. Gibt es den Kanal von damals noch? Ich habe den letztens mal tatsächlich unter den Kommentaren von einem ganz alten Video gesehen. Also, ich bin irgendwie durch YouTube gesurft und habe dann in die Kommentare geguckt und da gesehen, dass ich da mit meinem alten Kanal vor ganz vielen Jahren mal kommentiert habe. Ach, krass. Also, der Kanal existiert noch, aber die Videos sind alle auf Privat. Sollen wir, ach so, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt hätten wir da gerade nochmal reingeschaut. Oh ja, das kann ich dir aber sehr empfehlen. Das haben wir ja auch bei, war es bei The Mansion oder bei LPT mal gemacht, David und ich, dass wir uns alte Videos angeschaut haben. Das ist schon... Ja, ich muss mal schauen, ob ich da noch die Zugänge finde. Das ist schon sehr speziell. Bina, was tippst du da eigentlich die ganze Zeit? Mir wurde jetzt erst gesagt, dass ich doch bitte auch auf den YouTube-Chat mal achten soll. Und da steht jetzt aber nur Bina. Da guck ich doch auch gleich mal rein. Denn das machen wir ja auch erst seit L.A. auch auf YouTube zu streamen. Und es hat sich gezeigt, das ist gar nicht so einfach. Denn wir können uns da nie so richtig entscheiden, wo guckt man jetzt. Guckt man jetzt in den Chat oder guckt man auf Twitter. Und tatsächlich, das Erste, was ich lese, ist, Bina kann lesen. True Story. Modealter. Wieso, wieso? Warum sind die in der Sendung? Ganz einfach, weil wir mit Studio 71 eben das Bootcamp machen. Und bei dem Bootcamp geht es nicht nur um Gaming. Und das haben auch am Anfang viele nicht so richtig verstanden. Und haben dann geschimpft und gesagt, was sollen denn Leute, die nicht Gaming sind, bei euch, bei Studio 71. Denn Studio 71 ist ja kein Gaming-Netzwerk. Und das ist ja auch gerade das, was wir mehr machen wollen. Und ich glaube, ich meine gerade bei dir, du selber sagst, du interessierst dich halt auch für Gaming. Und ich glaube, war das nicht auch unser Anknüpfungspunkt, dass du gesagt hast, du hast vor Jahren auch mal Gamestar gelesen? Ja, ich bin dir halt hinterher gefolgt. Von jedem Kanal, wo du teilhattest, war ich halt irgendwie immer in der Community mit dabei. Und so bin ich halt jetzt auch zu Studio 71 gekommen oder habe halt gesehen, wie cool das ist. Und die Leute, die sich beschweren, die kann ich schon mal beruhigen, weil ich bin ja jetzt gar nicht eigentlich mehr dabei beim Bootcamp. Prost. Ja, ich bin nur hier in der Show, weil ich zufällig hier war. Du darfst trotzdem meinen Webvideopreis anpassen. Aber was wolltest du? Pina, was wolltest du sagen? Ich fand das, ich fand das, ich fand das, ich wusste das gar nicht. Nein? Wir sind uns so ähnlich. Also rein optisch auch schon, ne? Wir können Geschwister sein. Ich habe auch die Gamestar gelesen früher immer und so, bin auch immer hin. Und jetzt, damit ich zu Studio 71 gekommen, daher, ich musste gerade schmunzeln. So, du musst nicht die Gamestar gelesen haben. Nee, habe ich auch nicht. Du darfst trotzdem meinen Webvideopreis anpassen. Ach, das hast du ja schon gemacht. So, ein bisschen Wii U spielen. Denn das wollten wir ja zum Abschluss auch noch machen. Yes. Ähm, darf ich dir dieses Gerät überreichen? Und mir selbst auch dieses. Ihr habt schon. Es blinkt, ist das gut? Es blinkt, wenn es blinkt, ist es gut. Okay. Was blinkt da? Du hast es kaputt gemacht. Ich bin Player Nummer drei. Driver137 fragt auf Twitter, Bina, wann gibt es wieder einen Song? Äh. Ich will, oh, es geht noch weiter. Ich will deine zuckersüße Engelstimme singen hören. So, ein... Oh. Die News, die News, News. Da gibt es wieder einen. Yes. Ach, das stimmt. Du hast wirklich lange keine Songs mehr gemacht. Ja, wann denn? Bist du am Arbeiten? Ja, das kenne ich. Das ist ja ein beliebtes Phänomen gerade. Also ich halte das Ding schon wieder falsch. Schleusenschieberei, Markus. Da ist ein grünes Rehmann-Häkchen dran. Ja, das kann man gerne spielen. Das kann man nämlich auch wieder mit einer Hand spielen. Von daher perfekt für Leute mit Mikro. Sehr, sehr gut. Also, um aus dieser Mondbasis zu fliehen, musst du Schleusentore in unterschiedliche Richtungen aufschieben. Wer zuerst freies Mondgelände betritt, gewinnt. Ich schaue mir diese Vorschau an. Äh, sieben, sechs, fünf, was? Hä? Woran erkenne ich denn das? Ach so, wenn der... Wo die, ähm... Ich raf's am Anfang sowieso nicht. So lange schon gelbe ist... Ja, das finden wir jetzt zusammen raus. Okay. Also, nochmal... Das findest du raus, indem du auf die... Okay. Halte... Ach so, wenkrecht? Wenkrecht. Richtig. Guck mal, das ist jetzt bei mir bei blau oben zum Beispiel oben dieses Ding, ne? Deshalb muss ich von oben nach unten machen, weil da die Tür schon aufsieht. Du bist aber nicht blau, ich bin blau. Ich komm nicht mit. Dann bin ich ein anderer... Also, ich bin das blaue Männchen, Mina ist das rote Männchen. Ich bin grün. Du bist grün und du bist das Orange unten. Sieht voll aus, seh ich. Die passt wieder, also haben wir perfekt ausgesucht. Und jetzt... Jetzt sehe ich so hübsch aus. Richtig. Und jetzt... Beträumter Blick. Ist es wohl so, also ich bin ja links oben, das heißt, um jetzt dieses Tor aufzumachen, muss ich wahrscheinlich von oben nach unten... Muss man eine Bewegung machen oder muss man aufs Steuerknopf drücken? So alt wenn ich das auch machen will. Nee, bewegen, bewegen, bewegen. Und du müsstest jetzt so machen, um dieses Tor aufzuschieben. Ach ja. Ja. Fabian ist wie immer blau, schreibt unsere Mareike. Was soll denn das heißen? Aber Schleusen und Schieben ist jetzt politisch grenzwertig, sagt Marcel. Aber das ist völlig richtig. Wir fangen lieber an zu spielen, bevor das schwierig wird. Also, ich bin wie immer blau. Hüah! Hüah! Mach doch! Hüah! 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 Mensch! Oh, da ist doch schon einer durch. Was ist da los? Bina schon wieder. Die bescheißt doch wieder. Hüah! Ich hasse dieses Teil gerade so. Gut! Also, Platz 1, die Bina. Platz 2, der Fabian. Platz 3, der Willen. Zu, du. Weißt jetzt aber nicht. Nicht dafür gemacht. Ja, das ist... Nee, auch. Du bist ja PC-Spielerin, das wissen wir alle. Deshalb ist das für dich. Kleiner Tipp vielleicht noch. Ihr müsst nicht so ausholende Bewegungen machen. Es reicht, wenn man die Fernbedienung so ein bisschen in eine Richtung kickt quasi. Aha. Das heißt, jetzt wissen wir noch, wie es geht. Und jetzt machen wir das Ganze lässig aus dem Handgelenk. Wenn ich jetzt wieder vierte werde. Das macht überhaupt nichts. Okay. Du bist ja schon unter den ersten Zehen. Von daher... Hüah! Guck mal so. Tja. Jetzt musst du doch auf A drücken. Auf A. Drei, zwei, eins, los! Hey, ich kann nicht. Das ist... Ich bin zu... Jetzt mach doch! Die Biene ist wieder schnell los. Das gibt es doch nicht. Oh! Wenigstens die vierte. Aha. Gut. Dylan, was ist dann los? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie beim dritten, vierten oder so hängen geblieben. Aber das ist mir auch zu stressig. Da fange ich wieder an zu schwitzen. Es ist nämlich sau warm hier bei uns. Bei euch zu Hause auch. Also ich höre heute immer nur auf Twitter von... Aus Köln. So von Gong, Piet... Boah, das war brutal heute Morgen in Köln. Kommst du aus Köln gerade? Ja, ich bin aus dem ICE gestiegen und habe auch hier erstmal wieder einen Hitschlag. Das kann uns nicht passieren. Wir sitzen ja den ganzen Tag im wohltemperierten Studio 71. Wir gehen aber trotzdem zurück in die Auswahl der Minispiele. Ich habe auch nur deshalb ein schwarzes T-Shirt an, damit man die Schweißränder nicht so sieht. Was ist denn das da unten? Bomben Countdown. Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja, und so um die 36 Grad beim Alastus Darko. Leck mich am Arsch. Ah, okay. Und Fabian übersteuert zwischenzeitlich kurz, aber massiv. Ja, so kennt man mich. Kurz, aber massiv. Gib die Bombe an den nächsten Spieler weiter, bevor sie explodiert. Der Spieler, der übrig bleibt, gewinnt das Spiel. Okay. Okay. Steuern? Okay. Wie auch immer. So schön beschrieben. Ja. Oh, das will ich. Einfach nur auf A drücken zum Weitergeben. Auf A, okay. Und Achtung, der Countdown verschwindet gleich nach ein paar Sekunden. Ich wollte gerade sagen, da kann man ja einfach bis zum Schluss warten und dann... Oh, sorry. Läuft der weiter? Kann man sich den merken? Hä? Du sauer. Und jetzt? Du! Ah! Du! Ja, hat noch. Hat noch. Leib! Nein, nein! 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 Oh, der Bauch! Mann. Ach, jetzt sind wir nur noch zu drin. Okay. Ach, wenn ich nur richtig Schlagzeilen noch spielen könnte. Also, so, jetzt bin ja ich weiter, ne? Ja. Sieben, zehn, ne? Nee, sau! Nein, vier. Oh! Oh nein! Okay. Nun gut. Es macht einen aber trotzdem schlitzig. Kann doch mal was mitzuzählen. Oh, jetzt habe ich mir noch was gerissen. Gut, ich habe einmal ein Spiel gewonnen. Dann müssen wir gleich das nächste machen. Sehr schön. Aber das ist cool. Das ist wirklich ein lustiges Spiel. Ich spiele ja, wenn, wie you dann immer nur bei LPT. Das kann man schon mal machen. Jetzt habe ich mir echt was gerissen. So, eins machen wir noch. Ich würde sagen, eins machen wir noch. Dann gehen wir noch mal in die Tweets. Vielleicht auch noch mal in den Chat. Und dann gehen wir alle nach Hause. Oder wir gehen in die Lounge. Denn es gibt, glaube ich, noch was zu trinken. Auf schmalem Grad. Oh, kleine Autos. Kreisverkehr. Das sieht lustig aus. Hörst du mit deinem ferngesteuerten Auto durch das indiregende Tor, um Punkte zu erhalten? Oh Gott. Für das Durchfahren im Uhrzeigersinn gibt es jeweils einen Punkt. Hä? Für das Durchfahren im Uhrzeigersinn gibt es einen Punkt. Im Endeffekt müsst ihr einfach nur im Uhrzeigersinn da durchfahren. Mit zwei fährt man vorwärts, mit eins rückwärts und mit dem Steuerkreuz lenkt man. Eins vorwärts, zwei rückwärts, Steuerkreuz lenkt man. Der YouTube-Chat sagt Hashtag Siggi fickt. Jawohl, endlich mal wieder. Ich wollte es nicht sagen. So. Und du musst auch noch mal auf die zwei drücken. Zwei? Ja. Was war jetzt? Ach so. Ja, da geht er. Also eins ist vorwärts und zwei ist drücken. Ah, watch me go. Ah, jetzt check ich die Steuer. Wum, 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 wum. Also ihr müsst genau immer so rum... Nein, lass mich! Hau ab! Ah, ok, ich bin mal wieder schlecht, glaube ich. Bist du der Hund? Ja! Ja, jetzt gehts da langsam. Jetzt sind wir gleich schlecht zu. Das ist noch Revanche, ja? Ja, ja, ja. Das... Gut. Sehr gut. Es braucht nur einer schreiben, sie gefickt, und dann läuft's auch wieder. Sehr gut. Okay. Also, immer im Uhrzeigesinn um die Säule rum. Oh! Mann, komm mal auf! Nein! Nein, 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 nein! Oh nein! Was ist... Was ist... Warum? No. Shit! Ah! Ah! Komm, Augen! So, was wird's? Oh, Wiener! Beide! Ja, irgendwann muss ich ja mal was reißen. Sehr gut. Fabian schreit doch nicht so. Schreibt mir mal... Doch, ich muss... Ja, eins machen wir noch. Dann macht er noch ein anderes Spielchen, oder? Ja, ja, mein ich ja. Ein letztes Spiel für diese Runde. Sehr witzig ist das links unten noch. Plattform-Poker. Genau. Poker kann ich ja traditionell sehr gut. Planer deinen Sprung so, dass du bei 0 Sekunden den Boden erreichst. Der Spieler, der diesen Wert am nächsten kommt, gewinnt das Spiel. Die Höhe der Plattform verändert sich bei jedem neuen Spiel. Ach du Scheiße, da muss man ja erstmal wissen, wie lang man da so fällt. Das sieht man am Anfang. An dieser Stelle nochmal, David ist krank. Hashtag David Liebe. Ja. So, habt ihr's gecheckt. Mit A könnt ihr die Plattform runterkippen lassen und dann, wenn ihr so in der Luft fliegt, könnt ihr mit Wedeln noch kurz den Fall bremsen. Wie denn? Okay. Mit Wedeln. Wie, ja. Also so rechts, links, oder was? Genau. Alles klar. Funktioniert ja nie. Und? Na? Nicht schlecht, nicht schlecht. Versenkt. Okay. Das ist ne Platzierung, mit der ich lebende. Dass das auch immer nur eine Runde ist. Kann man das auch so einstellen, dass da 10 Runden am Stück... Ja, leider nicht. Das finde ich ist ein bisschen der Nachteil beim Spiel. Es hat sehr viele coole kleine Minispielchen, aber man kann sie leider nicht richtig geil konfigurieren. Der Martino schreibt, der Siegsmund darf nicht zu oft gewinnen, das Busch sein noch nicht vorhandenes Ego. Versteh ich nicht, versteh ich nicht, was du meinst. Watch me win. Oh nein! Vielleicht aber auch nicht. Ah! Das ist wie bei Gitarre Ego, wenn man lobt. 0,1. Sweet. Aber wir alle anderen, alle auf den zweiten Platz. Ich finde, da müssen wir eigentlich aufhören, denn ne bessere Quote kriegen wir nicht hin. Ja, ist nicht ganz so feinlich für den Schluss. So, dann schauen wir doch noch mal kurz in die Tweets. Was? Wie, was? Ach, das ist wieder Quatsch. Wiener ist eben Master, schreibt unsere LPT-Mareike. Das stimmt wohl. Nochmal gute Besserung an den David. At Behind. Genau, könnt ihr ihm auch nochmal schöne Grüße da lassen. Und ansonsten schalten wir jetzt gerade nochmal raus in die Lounge, ob da noch Menschen sind. Und... Oh, da wird es ja langsam näher. Ja! Was macht der die ganze Zeit so aus dem Bild raus? Wir werden es nie erfahren. Wobei, was ihr natürlich alle nicht wisst, wir hatten natürlich auch auf der anderen Seite eine Kamera. Und nachdem das durch die Jugendschutzprüfung geht, werden wir das in den kommenden Tagen auf LPT-YouTube live schalten. Es wird super. Ja, und Dene G, du bist dann auch mit dabei. So, dann winkt ihr nochmal alle. Wir winken auch zu Dylan. Euch vielen Dank fürs Kommen. Bina natürlich auch. Vielen Dank fürs Kommen. Gerne. David, schönen Gruß an dich zu Hause. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder 18 Uhr live auf mein Video und auf YouTube. Bis dahin. Moment. Wollt ihr nicht nochmal bei ARC reingucken, ob sich da was getan hat? Wo die Hütte? Das ist ja eine riesen, riesen, riesen Map. Ist die Hütte schon? Aber unsere lieben Bootcampler können gerne wieder in die Lounge gehen und nochmal ein kaltes Getränk zu sich nehmen. Okay. Wenn sie möchten. Die Wutcampler. Ich bin zwischenzeitlich nochmal... Vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen uns gleich nochmal draußen. Wir sehen hier drinnen gerade nichts. Mach mal, du hast doch vorhin eine Fackel gebaut. Wo ist die denn hin? Und dann ist ein kurzer, aber heftiger Dinosaurier über mich hergefallen. Und zwar nicht auf eine Art, die mir gefallen hätte. Ich brauche jetzt ein Holz und ein Feuerstein, um eine Fackel zu bauen. Fabian, du müsstest mal kurz bitte YouTube zumachen auf deinem Rechner. YouTube zumachen auf meinem Rechner? Das geht überhaupt nicht. Doch. Das geht doch. Das geht doch. Das geht bis zu. So, ich bin nochmal abgelevelt. Brauche jetzt aber noch einen Stein. Die liegen ja am Strand rum. Und dann brauche ich noch einen Feuerstein. Die kriege ich aber, glaube ich, so ohne weiteres gar nicht. Also ich glaube, bis ich jetzt hier mir ein Feuer angemacht habe... Was ist denn das da hinten? Liegt da irgendwas? Ja, das weiß man halt nicht. Das ist ein Geysir. Wenn das hier stimmt, ist das in Island, dass die alle homosexuell sind. Kennt das noch jemand? Kennt noch jemand Badesalz? Nein? Jawoll! Weiter kennt's. Ja, ich glaube, das kriegen wir auf die Schnelle nicht hin. Denn ich muss mich jetzt wieder von Anfang hochleveln. Wir lassen aber gleich den Server noch eine Weile auf. Und schreibt es gerne in die Kommentare oder auf Twitter. Wenn euch ARK interessiert, dann würden wir... Wenn es euch ARK interessiert? Dann... Wo kommt denn das Feuer her? Oh, guck mal hier! Wo steht einer? Was ist denn da los? Das ist ja geil. Hallo! Ist das der Typ aus hier Man in Black oder so? Schrumpfkopf. Das ist ja gut. Der Candyman. Plötzlich geht's Licht an. Da steht der Schrumpfkopf hinter uns. Kann man doch mit ihm irgendwie interagieren. Oh. Hallo. Verstehe. Hallo. Achso. Ja, wir haben ja noch... Sprach-Chat gibt's natürlich auch im Spiel. Ich glaube mit der Taste B. Ich weiß aber gar nicht, ob jetzt hier ein Mikro dran ist. Aber Candyman, du hörst uns ja sowieso. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich sehe, du hast dir ja auch in der Zwischenzeit irgendwie schön Klamotten angelevelt und so weiter. Sehr cool. Der Kopf, der muss noch ein bisschen wachsen. Aber das ist ja schon fein. Und dann werden wir mal schauen, ob wir nicht in den kommenden Tagen das nochmal wiederholen und dann anfangen hier uns wirklich hoch zu rüsten in, ich will eigentlich unbedingt einen T-Rex reiten. Oder so ein Brontosaurier. Aber das dauert glaube ich noch ein bisschen. Gut. Und an dieser Stelle euch nochmal vielen Dank. Dir nochmal vielen Dank. Gerne. Allen vielen Dank. Markus vielen Dank. Dürfen wir jetzt aufhören? Jetzt dürft ihr ausnahmsweise ja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschau. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 Untertitelung des ZDF, 2020